Meine Muttersprache ist Deutsch. Was ist deine Muttersprache? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, treffe mich mit Freunden und manchmal gehe ich auch ins Kino. Was machst du in deiner Freizeit? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Wo kaufst du ein? Im Supermarkt kaufe ich Milch und Käse. In der Fleischerei kaufe ich Hackfleisch. Beim Bäcker kaufe ich Brot. Wo kaufst du ein? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Du bestellst etwas im Kaffee. Ich will einen Kaffee. Stopp! Das ist unhöflich. Benutze lieber den Konjunktiv 2. Ich hätte gern einen Kaffee. Du bist sie in Mischung. noch kein Mr. 낮 Schauspiel zu vedem, Fortsch observations.